Ach, Mist, mein Datenvolumen ist gedrosselt. Oh. Kann ich ja mal das WLAN-Passwort haben? Achso, ja klar, warte, ich teile es dir einfach. Ach, das funktioniert bei mir irgendwie immer nicht. Okay, das ist natürlich doof. Ja, egal, also ich tippe es einfach rein. Achso, aber ich weiß das jetzt gar nicht auswendig. Ist ja nicht schlimm, hast du es nicht irgendwo aufgeschrieben? Nee, nee, habe ich nicht. Okay, aber sonst steht es ja auch auf dem Router. Achso, ja, aber der steht ja jetzt ganz woanders, also... Achso, ja, kein Problem, ich kann das machen, also du brauchst nicht aufstehen oder so. Ach, meinst du echt, das ist jetzt so weit weg? Äh, naja, so weit weg kann es jetzt auch nicht sein in deiner 50 Quadratmeter Wohnung. Guter Punkt. Also? Aber wir können uns meinetwegen auch einfach weiter unterhalten. Hä? Ja, aber wir müssen ja nicht die ganze Zeit am Handy sein. Ähm. Davon gibt es viereckige Augen und allgemein ist das auch nicht so gut. Äh, bist du jetzt mein Vater geworden oder was? Nee, ich sag ja nur. Äh, also wir können das gerne unterhalten, aber ich muss hier echt auch was Wichtiges runterladen, also... Ja, aber nicht, dass du dann über mein WLAN jetzt irgendwas Schmutziges runterlädst und dann explodiert mir hier der Router. Genau, davon hat man ja schon so oft gehört, ne? Ja. Router explodiert nach Datendownload. Genau. Merkst du selber, ne? Also kann ich jetzt bitte einfach das Passwort haben, das ist echt wichtig. Na gut, ich, äh, will mal nicht so sein, aber da drüben. Äh, okay. Okay, welches ist es denn? Äh, Fritzbox 93? Nee. Äh, Homebase 53? Nee. Okay, äh, sonst ist hier noch OB WLAN Kenobi? Ja, ich, 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 ich glaube, das ist es. Äh, okay, äh, und das Passwort ist es diese Zahlenreihe hier? Achso, nee, ich hab das mal geändert irgendwann. Äh, und warum bin ich da jetzt überhaupt zum Router hin? Weiß nicht, ich kann das jetzt auch einfach selber einziehen, das geht vielleicht schneller. Ach, jetzt sag doch einfach. Okay. Ja? Äh, ich, äh, 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 was? Ich, äh, 96 bin ich. Was? Ich bin, äh, 96. Was? Ich verstehe dich nicht. Oh, ich bin ein geiler Wacker. 96. Äh, Äh. Na, jetzt guck nicht so komisch. Du wolltest es ja unbedingt haben. Siehst du, deswegen wollte ich nicht, dass du es selber eintippst. Ach so. Jetzt denkst du ganz falsch von mir, weißt du? Also... Komm schon, was wird denn das?